vorher fragen können. Naja, aber ist ja gut. War ja richtig, weil ich denke, ihr kommt ja nicht alle aus Linken, wenn ich sage Hallo Linken. Wer ist überhaupt wirklich aus Linken? Hallo Lingen! Ich hab vorne Klackenburg. Für ein paar Klackenburger hier. Okay. Besser steht ihr? Da vorne. Könnt ihr euch auch Vermannschaften hören, Slatenburgs? Ja, ist das los hier? Ey. Okay Leute, eigentlich hätten wir einen Song über die Ems schreiben sollen. Hätten wir gewusst, wie heute hier steil geht. Aber wir haben einen Song über eine andere Gegend geschrieben. Ist auch ganz nice. Okay, let's go. Yeah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017